Wir schauen auf das nächste Thema. Es soll um die berufliche Weiterbildung gehen und es geht noch einmal um das Kurzarbeitergeld. Ein Gesetzentwurf Arbeit von Morgen Gesetz abgekürzt. Zum einen der Punkte Weiterbildung, also die Bundesagentur für Arbeit. Die soll Zuschüsse zu Lehrgangskosten und Löhnen beispielsweise erhöhen oder auch in Verbindung mit Kurzarbeit soll Weiterbildung bei den Unternehmen erleichtert werden, weil sie die Hälfte der Soziallausgaben von der Bundesagentur für Arbeit erstattet bekommen. Und das Kurzarbeitergeld soll über die gesetzliche Bezugsdauer hinaus auf bis zu zwei Jahre verlängert werden. Meine Damen und Herren, Corona-Krise bewältigen, so viel Freiheit wie möglich, nicht mehr Einschränkung als nötig, so der Titel. Wenn ich zusammenfasse, was in den letzten Wochen passiert ist, was die Regierung so getan hat, um die zitragenden Parteien, sage ich, zu spät gehandelt, dann panisch überzogen und dann zögerliches Weiterfortführen der Situation. Am 1.12.2020, weil es der erste Corona-Fall in China bekannt wurde, haben andere Länder den Einsatz von Märmebildkameras an Flughäfen eingesetzt und haben Isolierstationen geschaffen, um Patienten gegebenenfalls aufnehmen zu können. Daraus folgte für uns, für die AfD als erste Fraktion im Deutschen Bundestag am 12.02.2020 der Antrag Bekämpfung der Seuchenausbreitung im Flugverkehr. Ein Sechs-Punkte-Programm, den Sie logischerweise abgelehnt hatten, wie immer. Darin kam Vorbereithalten von ausreichenden Isolierbetten, Impfstoffforschung durch den Bund forcieren, nationale Hygieneaufklärungskampagnen starten unter anderem. Und zur gleichen Zeit stellen wir den Antrag, die Medikamentenproduktion von China nach Deutschland und Europa zurückzuholen, weil wir auch da schon voraussahend dieses große Problem sah. Das sehen Sie ja jetzt mittlerweile auch. Es ist jetzt bekannt, dass die Basisreportationszahl bereits am 12.03.2020 unter 1 lag. Und trotzdem halten Sie die Einschränkungen der Freiheitsrechte und die Einschränkungen bei der Wirtschaft im Wesentlichen weiterhin aufrecht, meine Damen und Herren, und haben damit billigend den Ruinen ganzer Wirtschaftszweige in Kauf genommen. Sie haben bis jetzt keine Bildung eines Gremiums durchgeführt aus führenden Wissenschaftlern, damit auch mal andere Meinungen zu Wort kommen. Gestern bei der Regierungsbefragung kam zum Ausdruck, lieber vorsichtiges Handeln als irgendwelche Risiko eingehen. Ja, wenn Sie das wollen, vorsichtiges Handeln, dann hätten Sie eigentlich unserem Sechs-Punkte-Programm zustimmen können. Wir waren die Ersten. Dann hätten Sie vorsichtig gehandelt, und dann hätten wir vielleicht solche Auswirkungen gar nicht gehabt, wie wir sie jetzt haben, meine Damen und Herren. Aber ich kann ja teilweise auch verstehen, wenn Sie natürlich einen Koalitionspartner hatten oder haben, der wird zum Beispiel hier vertreten durch einen Herrn Helge Lindh, der am 12. März sagte in Bezug auf eine Rede der AfD zu Corona, die größte Herausforderung, der gefährlichste Virus in diesem Land bei allen Bedrohungen, die wir haben, ist nicht Corona, das ist der Wirkung des Hasses durch die AfD. Denn solche Anträge und solche Reden, die so verbreitet werden, das ist viel schlimmer. Da hat er recht, das sehe ich bei Ihnen genauso. Sie setzen lieber die Gesundheit der Bevölkerung aufs Spiel, als dass Sie mal einer Opposition normal Rede und Antwort stehen können. Eine ganz traurige Sache, meine Damen und Herren. Hass und Hetze in diesem Raum kommt von Ihnen, nicht von der AfD. Lachen Sie doch ruhig. Wann haben wir das schon mal gemacht? Gucken Sie sich mal an, gucken Sie Ihre Reden an. Meine Damen und Herren, wir haben im Ausschuss für Gesundheit die Schutzmaßnahmen mitgetragen. Aber die Fortführung von Einschränkungen dieser Form halten wir für unverantwortlich. Kein Ende der Beschränkungen wird benannt. Wie sollen denn die Betriebe mal planen? Sie haben den Chaos weiterhin vorprogrammiert, er ist nicht aufgehoben. Meine Damen und Herren, nicht nachvollziehbar ist etwas. Und die Frau Kollegin Wasgräber hat ja eben gesagt, besser vorbereiten wollen wir uns. Ja, das hätten Sie aber machen können. Denn in 2012 gab es eine Studie der Bundesregierung, Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz. 2012 kennen vielleicht einige von Ihnen. Und da ist im Auftrag der Bundesregierung ein Szenario entwickelt worden, was haargenau auf die Zeit der Corona-Krise passt. Denn Hintergrund war dieser Analyse oder dieses Szenario, ein SARS-ähnlicher Virus verbreitet sich von Asien aus weltweit und dabei geraten die Gesundheitssysteme schnell an ihre Grenzen. Genau, passt. Mehr infizierte Personen reißen ein, die WHO waren zu spät. Passt auch, meine Damen und Herren. Genau das ist eingedreht. Die WHO hat zu spät gewarnt. Die WHO hat noch am 24.01. erklärt, angesichts der bisher vorliegenden Informationen über dieses Ereignis rät die WHO derzeit von Reis- oder Handelsbeschränkungen für China ab. Dann ist doch wohl die Kritik an der WHO verständlich. Ich höre nichts. Sie protestieren jetzt gar nicht, meine Damen und Herren. Wir fordern mit unserem Antrag, dass Hotel- und Gastronomiebetriebe, Handelsunternehmen unabhängig von der Größe und Kulturbetriebe und Dienstleister unter Beachtung von Hygienemaßnahmen wieder tätig werden dürfen. Wir fordern Maßnahmen zum Schutz der Risikogruppen und die Forschung und Untersuchung zum Virus SARS-CoV-2 durchzuführen. Wir fordern weiter, dass RKI und der gemeinsame Bundesausschuss Handlungsanweisungen für Pflegeheimen, Rehaeinrichtungen und Pflegedienste erarbeitet, um den Schutz für Bewohner, Patienten und Personal gewährleisten zu können. Meine Damen und Herren, dieses Triage, dieses Auswählen, allein, dass dieses Wort überhaupt in diesem Lande genannt wird, fand ich für eine Schande. Sie hätten schon längst eine Vorbereitung machen können, dass diese Menschen geschützt werden. Es gibt mittlerweile auch Briefe von Bürgern in dieser Altersgruppe, die sich sehr, sehr unsicher in diesem Land fühlen. Herr Kollege, denken Sie bitte an die Redezeit, Sie sind weit drüber. Meine Damen und Herren, letzter Satz. Wir möchten in aller Deutlichkeit sagen, Grundrechtseinschränkungen laut § 5 des Gesetzes der Bevölkerung über epidemische Lage, das kennen wir ja alle, sind klar zu befristen. Es gibt für uns keine Einschränkung der Grundrechte durch die Hintertür in besonderen Maßnahmen. Das lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Detlef Spangenberg war das von der AfD-Fraktion und er hat natürlich gesprochen, nicht zur Weiterbildung, sondern zu einem anderen Thema. Ich habe mich verhört in dem, was die Bundestagsvielpräsidentin aufgerufen hat. Die Weiterbildung ist Zusatzpunkt 13, der wird im Anschluss debattiert. Jetzt sind wir bei Tagesordnungspunkt 13 und das ist ein AfD-Antrag. Detlef Spangenberg hat ihn begründet, die AfD will die Corona-Beschränkungen unter anderem ja sofort aufheben und für Gastronomie-Hotels, Theater, Konzertsäle etc. lockern. Achso, gut, auch nicht. Nicht schlimm. Rudolf Henkel jetzt für die Union. Ich bin da nur nicht sicher, ob daran schon getrunken worden ist. Also, ähm... Also sehr gut. Verständlich haben Sie im Frühstückwasser... Alles gut, alles gut. Wir haben es nur nicht verfolgen. Ja, 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 ich habe es nicht verfolgen. So frei wie möglich, so wörtlich wie nötig. Das war der Spruch meines alten Lateinlehrers, neun Jahre Latein, der uns immer gesagt hat, wie man übersetzen muss. So frei wie möglich, so wörtlich wie nötig. Und deswegen ist mir erst mal die Überschrift des Antrags, den wir jetzt hier diskutieren, sehr, sehr sympathisch. So viel Freiheit wie möglich, nicht mehr Einschränkungen als notwendig. Und wer wollte dem widersprechen? Aber was sich widerspricht, liebe Kolleginnen und Kollegen, die diesen Antrag einbringen, ist doch, was stimmt denn jetzt? Also entweder war die Bundesregierung mit ihren Entscheidungen zu spät. Entweder war sie zu zögerlich. Oder das, was Sie jetzt vorschlagen, ist Unsinn, weil Sie darin ja geradezu vorschlagen, für alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handelns jetzt die Öffnung zu ermöglichen. Und das, finde ich, widerspricht sich total. Denn Sie sagen ja, am Anfang wart ihr nicht vorsichtig genug. Und wir haben gemahnt, ihr müsstet vorsichtiger sein. Sie kritisieren die Weltgesundheitsorganisation dafür, nicht vorsichtig genug gewesen zu sein. Und jetzt sagen Sie, nachdem wir mit Aufwand und Mühe und übrigens ohne Ihre Zustimmung, weil hier im Plenum haben Sie sich enthalten, ohne Ihre Zustimmung die Maßnahmen beschlossen haben, die jetzt gültig sind, nachdem wir damit zu einer Reproduktionsrate von 1,0 gekommen sind, sagen Sie jetzt, ihr müsst es früher aufheben. Was sagen Sie? Ja, die war vorher schon. Und wer wusste das? Sie Schlauberger! Sie Schlauberger! Von wann kommt denn die Mitteilung des RKI? Ich habe das hier, das Epidemiologische Biotein des RKI. Welches Datum trägt das? 17. April 2020. Da steht es doch drin. Sind Sie denn die Hellseher, die das am 22. März gewusst hätten? Dann hätten Sie es uns doch am 22. März mal sagen sollen. Haben Sie aber nicht. Damals haben wir Anstiege der Infektionsrate von 30 Prozent am Tag gehabt. Damals waren wir bei einem R0 von zwischen 2,6 und 3,8. Und da sagen Sie jetzt, weil sich später herausgestellt hat, dass die Maßnahmen, die eingeleitet worden sind von der Bundesregierung und von den Bundesländern und die von uns gut geheißen worden sind, weil die eine Wirkung gehabt haben bis zum 22. März, kann man jetzt alles wieder aufmachen. Das ist unverantwortlich, weil Sie damit völlig vorbeigehen, an der Notwendigkeit, Daten auch integriert und wissenschaftlich seriös zu interpretieren. Sie tun jetzt so, als hätte man hell sehen müssen, als wäre es so gewesen. Entschuldigen Sie, Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Ja, ich erlaube. Gut, Herr Spangenberg. Der Herr Spangenberg noch mal für die AfD. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrter Kollege, ich habe gesagt, nachdem das nun bekannt war, halten Sie die Maßnahmen trotzdem aufrecht, obwohl wir unter einem sind. Deswegen brauchen wir diese Maßnahmen nicht mehr aufrechtzuerhalten. Das war meine Rede. Ich war nicht der Hellseher. Das habe ich deutlich gesagt oder ich habe mich falsch ausgedrückt. Das sage ich Sie noch mal. Jetzt wäre das nicht mehr nötig. Das ist der dritte Punkt. Erst zu zögerlich, dann übertrieben. Erst zu spät, dann übertrieben und jetzt zögerlich. So ist es gesagt worden. Und das bitte ich noch mal zu beachten. Vielen Dank. Ja. Ich antworte Ihnen gerne. Ja, wollen Sie stehen bleiben noch? Herr Spangenberg, ich antworte Ihnen gerne. Und ich erinnere an die Lage von Mitte März. Tägliches Wachstum der Infektionen von 30 Prozent. Bei einer Fortsetzung dieser Dynamik hätten wir zu Ostern eine völlige Überlastung aller gesundheitlichen Versorgungseinrichtungen in Deutschland erlebt. Wir hätten zu Ostern 10 Millionen Infizierte und einen gänzlich unerfüllbaren Bedarf an Intensivbetten bei 140.000 gehabt. Und diese Gefahr bleibt, weil es ja jederzeit wieder mit einer vergleichbaren Dynamik in bestimmten Regionen oder auch flächendeckend losgehen kann. Und, lieber Herr Spangenberg, noch nicht, lieber Herr Spangenberg, Sie selbst trauen ja Ihren eigenen Worten nicht. Denn in Ihrem Antrag, da schreiben Sie ja neben dieser ganzen Öffnerei und Öffnerei und Öffnerei und Reproduktionsrate 1 und wir müssen uns keine Sorgen mehr machen, da schreiben Sie unter Acht, dass Sie fordern, die getroffenen Maßnahmen wöchentlich zu überprüfen. Und der Bundestag ist dabei in angemessener Weise zu beteiligen. Werter Herr Kollege Spangenberg, wenn Sie das wöchentlich überprüfen wollen, wie sehr trauen Sie denn dann Ihren eigenen Aussagen? Das wäre doch dann gar nicht nötig, sondern das ist doch nur nötig, weil Sie sagen, es kann total schief gehen. Und dann muss man noch sagen, mit allem Respekt, und das ist der letzte Teil der Antwort, mit allem Respekt, wöchentliche Überprüfung, lieber Herr Spangenberg. Wir haben eine Inkubationszeit, die liegt eher über einer Woche als unter einer Woche. Wir haben dann eine asymptomatische Erkrankungsphase, an deren Ende der Höhepunkt der Infektiosität liegt. Dann kommen zum ersten Mal Symptome, sodass Tests durchgeführt werden können. Und diese Tests werden dann auch noch mal ein paar Tage brauchen, bis sie ausgewertet sind. Und am Ende dieser Tests beginnt dann der Meldeverzug, bis wir es in den Meldungen erleben. Und deswegen brauchen Sie eine längere Beobachtungszeit, um zu beurteilen, ob eine Maßnahme sich deletär und fatal auswirkt oder nicht. So, jetzt ist aber genug. Nein, jetzt bitte hinsetzen. Jetzt kommt die normale Rede weiter. Nein, Herr Spangenberg. Bitte, Herr Henke. Und deswegen sage ich, dass wir diese Gefahr, von der Sie selber ausgehen, sonst wäre ja keine wöchentliche Überprüfung der Maßnahmen nötig, dass sie weiterhin besteht. Dass wir das abwenden konnten. Das ist eine riesengroße Gemeinschaftsleistung aller Bürgerinnen und Bürger, aller politisch Verantwortlichen im Land, von allen in Gesundheitsberufen aktiven, aus der Wissenschaft, aus den Gesundheitsämtern. Und natürlich verstehe ich, dass jetzt eine rege Debatte stattfindet. Aber bitte schön, welche Konsequenz tragen Sie denn vor? Herr Gauland hat heute Ihr Fraktionsvorsitzender Vormittag hier gesagt, ich zitiere ihn, Die Quarantänemaßnahmen laufen längst selbst organisiert. Der Staat ist dabei weitgehend überflüssig. Es wird also Zeit, die Beschränkung der Grundrechte zu lockern und die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen. Das heißt, auch nach Ihrem Applaus jetzt, dass das, was wir hier alles beraten, jeden Vorschlag, jede Kontroverse, dass Sie das für überflüssig erklären und dass Sie sagen, Der Staat hat da gar keine Funktion. Dem widerspreche ich ausdrücklich. Das halte ich für ein Taschenspielertum. Und Sie glauben das auch nicht selbst. Und Sie tragen diesen Antrag nicht deswegen hier vor, weil Sie das Virus eindämmen wollen, sondern weil Sie die AfD ausbreiten wollen. Und weil Sie dazu jeden Unmut in der Bevölkerung nutzen möchten, um Identifikation zu erzeugen. Und deswegen, finde ich, ist das eine Art von Auseinandersetzung, die ich einfach nicht billigen und gutheißen kann. Und natürlich haben wir eine Situation einer regen politischen Diskussion. Das ist gut so. Sowohl die Leopoldiner als auch Experten der Helmholtz-Gemeinschaft haben systematische epidemiologische Analysen der Bevölkerung gefordert. Und wir befürworten ein Infektionsmonitoring als Entscheidungs- und Bewertungsgrundlage. Wenn Sie mich fragen als Arzt, dann sage ich, ich wünsche mir ein Dashboard mit den wichtigsten relevanten Daten, möglichst in Echtzeit, so realitäts- und tagesnah wie möglich, Neuinfektionen, Verdopplungszeit, Reproduktionsrate, Todesfälle, verfügbare Betten, Intensivplätze, Übersterblichkeit, Beatmungsplätze, Menschen in häuslicher oder institutioneller Isolation oder Quarantäne, Informationen zur Nachverfolgbarkeit, Bewegungsdaten und, und, und. Aber Sie gaukeln eine falsche Sicherheit vor, wenn Sie daraus Profit schlagen wollen, zu sagen, wir öffnen jetzt einfach und haben dabei keine Sorgen. Und das, finde ich, darf auch nicht passieren. Und wenn Sie als Kronzeugen den Präsidenten der Bundesärztekammer zitieren, dann zitiere ich daraus, was er mir geschrieben hat. Da sagt er nämlich, dass eine rein politisch bzw. ökonomisch motivierte sofortige Wiederherstellung weiter Teile des öffentlichen Lebens, wie sie derzeit von verschiedenen Seiten gefordert wird, aus ärztlicher Sicht nicht verantwortbar ist. Das ist die Antwort der Bundesärztekammer zu diesem Thema. Kommen Sie jetzt bitte zum Schluss. Ich komme zum Schluss. Wahr ist natürlich auch, dass Arbeitslosigkeit, Armut, Überforderung, Repression und Angst krank machen können. Und auch darauf muss man achten. Wirtschaft und Gesundheit sind keine Gegensätze. Und manch einer müsste vielleicht klarer sagen, nach welchem Monitoringsystem man sich richten soll. Aber bei Ihnen sehe ich nur den Rückzug der staatlichen Verantwortung und nicht hinterlegte Öffnungsforderungen ohne Garantie für den Gesundheitsschutz der Beteiligten. Das kann ich nicht billigen. Und deswegen bin ich sehr dafür, dass das Parlament den von Ihnen gestellten Antrag sorgfältig berät, aber dann ablehnt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Rudolf Henke war das für die Unionsfraktion und er ist Präsident der Ärztekammer Nordrhein und hatte sich zu Beginn seiner Rede richtig in Rage geredet, angesichts des AfD-Antrags, der hier Grundlage dieser Debatte ist und angesichts der Äußerung der AfD, auch heute im Verlauf des Tages, was die Lockerung der Corona-Beschränkungen anbelangt. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil wir sehr intensiv und sehr gut und sehr kooperativ und konstruktiv in der Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnenkommission zusammengearbeitet haben. Und deswegen ist es die Wehmut. Und gleichzeitig hoffe ich für Sie, dass Sie diesen Schritt nicht schrecklich bereuen werden, das werden Sie natürlich tun, sondern dass Sie eine gute Zukunft vor sich haben und wir werden Sie nicht vergessen. Der nächste Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Stefan Ruppert. Ja, Stefan Ruppert für die FDP, schon angekündigt, seine letzte Rede hier. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die wertschätzenden Worte, die ich genauso auch zurückgeben kann. Lassen Sie mich in meiner letzten Rede vielleicht nur einen Satz zum vorliegenden Antrag sagen. Wir haben einen Moment einer großen Krise erlebt. Und hier wie im Alltag offenbaren sich dann politische Charaktere. Es gibt die einen, die wollen Verantwortung im Moment der Krise übernehmen. Auch eine Opposition macht sich Gedanken, wollen wir da nicht gemeinsam ein Signal der Geschlossenheit in der akuten Situation geben und übernimmt Verantwortung, wohl wissend, dass ihre Aufgabe langfristig die Kritik der Regierung ist. Und es gibt hier Fraktionen, die haben diese Verantwortung übernommen, auch aus der Opposition. Sie haben sie nicht übernommen, sondern sie lauern auf den Moment, wo sie bei solchen Dingen immer vorkommende Fehler kritisieren können. Das offenbart ihren Charakter und ihre politische Qualität. Vielen Dank. Auf Dauer braucht es die Legislative, um Krisen zu bewältigen. Sie ist am Puls der Bevölkerung. Sie kriegt die Impulse und nimmt sie wahr und spiegelt sie in das Parlament und in die Gesetzgebung zurück. Pluralität ist die Voraussetzung zur Bewältigung von Krisen. Es darf in solchen Momenten kein Wort der Alternativlosigkeit des einen einzigen richtigen Weges geben. Ein Wort wie alternativlos kommt im liberalen Sprachschatz, der immer auch die Meinung des Andersdenkenden respektiert, nicht vor. Oder Hans-Dietrich Genscher hat es einmal so ausgedrückt. Zu einem immer neuen Gespräch, zu einer immer neuen Diskussion gibt es keine Alternative. Die ist also die einzige Verwendung dieses Wortes. Ich finde, wir brauchen und wir haben einen handlungsfähigen Staat in Deutschland, aber wir brauchen eine starke Bürgergesellschaft. Freiheit wird nicht von der Tribüne verteidigt. Insofern muss jeder einzelne Verantwortung übernehmen. Das ist unser liberales Menschenbild. Verantwortung und Freiheit gehen Hand in Hand. Dafür kämpfen wir. Dafür habe ich mich immer politisch eingesetzt und werde das auch wieder ehrenamtlich tun. Wir werden diese Krise nicht bewältigen ohne Vertrauen in jeden Einzelnen. Ich habe bei meinen Kindern, meinen Doktoranden, meinen Mitarbeitern immer erlebt, vertraue den Menschen, sie werden es dir danken. Dann werden sie Verantwortung übernehmen. Dann werden sie das Beste aus sich machen. Und dann werden sie auch Krisen und schwierige Situationen bewältigen. Ein Staat setzt Rahmenbedingungen. Aber jeder Einzelne von uns übernimmt Verantwortung und für sich selbst, aber auch für andere. Und so bewältigen wir eine Krise. Die soziale Marktwirtschaft, Bürgerrechte und Freiheit gehören untrennbar zusammen. Die Empirie unserer Geschichte zeigt, immer dann, wenn wir eines dieser Elemente zurückgelassen haben, haben wir Schiffbruch erlitten. Deswegen ein klares Plädoyer für die soziale Marktwirtschaft, zu der übrigens auch Friseure gehören, wie man dieser Tage merkt. Aber für die soziale Marktwirtschaft, für Freiheit und Bürgerrechte, dafür kämpfen wir und viele andere in diesem Haus. Lassen Sie mich am Ende ein Zitat, das meine Eltern mir aus einer Predigt neulich mitgegeben haben, in leicht abgewandter Form zitieren. Humor, Gelassenheit und Zuversicht sind die Kamele, die uns durch die Wüste tragen. Stolz und vor allem mit Dankbarkeit habe ich diesem Haus angehört. Wir haben ein großartiges Parlament, ein plurales Meinungsbild. Dafür bin ich unendlich dankbar. Wir leben in toller Verfassung. Und deswegen ist mir in der Krise nicht bange. Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Vielen Dank. Stefan Ruppert hier für die Liberalen mit seiner letzten Rede. Er verlässt die Politik, das hatte er schon angekündigt, wird sein Bundestagsmandat niederlegen. Er ist übrigens auch noch Vorsitzender der hessischen FDP. Auch dieses Abend wird er abgeben und wechselt beruflich in den Vorstand der Braun-Melsungen-AG. Das ist ein Pharmamedizinbedarf und bekommt hier deswegen auch vom gesamten Haus den Beifall. Ich wünsche Ihnen und hören es. Das gesamte Haus wünscht Ihnen alles Gute, auch für den neuen Lebensabschnitt. Und persönlich sage ich auch Danke für die Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Zusammenhängen und gerade zu den Themen, über die Sie gerade hier auch gesprochen haben. Alles Gute. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will mehr als nur einen Satz zu dem Antrag sagen, aber nicht, weil er von dem Inhalt her so viel Bestand hat, sondern weil es ein Stück weit auch Ihr Weltbild widerspiegelt. Dem vorliegenden Antrag ist zu entnehmen, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie jetzt aufgehoben werden können. Und ich frage mich beim Lesen des Antrags, ob es aus Sicht der AfD denn die Pandemie schon vorbei ist. Dazu steht in Ihrem Antrag nichts. Gibt es vielleicht auf der rechten Seite des Parlaments grundsätzlich neue Erkenntnisse, von denen wir bisher noch nichts gehört haben? In Ihrem Antrag finde ich jedenfalls dazu nichts. Wir stellen an dieser Stelle mal fest, wir wissen erst sehr, sehr wenig über das Virus. Sie auch. Sie wissen fast nichts darüber, machen aber populäre Vorschläge, und das geht aus meiner Sicht überhaupt gar nicht. Ich rate jedem, das Gespräch sofort zu beenden, wenn jemand vor Ihnen sitzt, der den Anschein erweckt, er wüsste bereits alles über das Virus und wüsste auch, was zu tun ist. Beenden Sie das Gespräch. Das lohnt sich nicht. So einen Menschen gibt es auf der ganzen Erde nicht, auch nicht in der AfD-Fraktion. Was wir allerdings wissen, ist, dass wir erst am Anfang der Pandemie stehen. Circa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung haben erst Antikörper, und selbst das ist nicht sicher. Was wir wissen, ist, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen sich an die Regeln hält und sie für sinnvoll erachtet. Wir haben alle Menschen zu Hause, in unseren Familien, in unserem Bekanntenkreis, die der Risikogruppe angehören und die wir nicht verlieren möchten. Was wir wissen, ist, dass die Folge einer Lockerung, so wie Sie das vorschlagen, am Ende erst in 14 Tagen sichtbar oder in Leichen zählbar sein würde und von daher völlig unverantwortlich sich aus unserer Sicht darstellt. Wer jetzt großflächig Öffnungen fordert, den Menschen vormacht, es könnte bereits jetzt alles wieder so sein, wie es vor der Krise einmal war, der spielt nicht nur mit dem Feuer, er stellt auch alle bisherigen öffentlichen und privaten Investitionen ins Feuer und handelt damit aus meiner Sicht zutiefst unverantwortlich. Sie behaupten, dass die Menschen erwarten, dass die Sanktionen umgehend gelockert werden. Auch ich nehme Fragen nach Lockerung wahr, überhaupt kein Thema. Aber ich erlebe auch ein hohes Maß an Verständnis und an Solidarität der Menschen und bin dankbar dafür. Vielleicht ist im ländlichen Raum alles besser als da, wo Sie leben, aber ich erlebe Menschen, die privat organisieren und soziale Medien für wirklich soziale Zwecke plötzlich nutzen. Sie kaufen für Menschen ein, deren Risiko zu groß wäre, einzukaufen. Davon steht in Ihrem Antrag nichts. Ich erlebe Kinder in Ostfriesland, die malen Karten oder schreiben Briefe für Menschen in Altenheimen und versüßen diesen den Tag damit. Ich höre von dieser Solidarität in Ihrem Antrag gar nichts. Wenn ich mir aber Ihren Antrag angucke, dann lese ich, Sie sind dafür, die Grenzen zu schließen. Das überrascht jetzt nicht. Aber eine Öffnung für Erntehelfer, damit Sie noch Spargel auf dem Teller haben, finden Sie okay. Unter welchen Umständen die arbeiten und leben müssen, völlig egal. Hauptsache, der Spargel wird gestochen. Das zeigt, meine Damen und Herren, das zeigt Ihr Menschenbild, dessen Wert aus Ihrer Sicht im Wesentlichen von der Nationalität abhängt. Dafür tun Sie mir leid. Die Pandemie ist nicht national zu bewältigen, sondern im Gegenteil, nur mit internationaler Solidarität. Rolf Mitz und ich haben heute Vormittag eindrucksvoll darauf hingewiesen. Da sollten wir in Europa anfangen. Wir müssen die Forschungskooperation noch mehr stärken, und wir brauchen einen Fonds für Katastrophen. Das Vertrauen in Europa und dessen Lösungskompetenz muss gestärkt werden. Wir müssen unseren Beitrag leisten für stärkeres Vertrauen der Länder untereinander, auch Deutschland gegenüber, in Europa. Die Pandemie, liebe Kolleginnen und Kollegen, legt Fehler in der Vergangenheit offen. Da gibt es gar keine Frage. Wir sollten sie jetzt aber nicht skandalisieren zum eigenen politischen Zweck, sondern daraus lernen. Zum Beispiel sollten wir lernen, dass wir falsche Anreize im Gesundheitssystem gesetzt haben. Konkurrenzdruck und Preis sollten dort nicht Priorität haben, sonst hätten wir jetzt mehr Schutzausrüstung. Zum Beispiel sollten wir lernen, dass unsere Lieferketten oftmals fragil sind. Kein politischer, aber eigentlich ein Managementfehler, wenn man so will. Das Lieferkettengesetz sorgt für eine verantwortliche und verantwortbare Lieferkette, wenn das Management es sich selber machen könnte. Es wird Zeit, dass wir das bekommen. Es geht aber nicht nur um Lieferketten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir uns aus Deutschland nicht solidarisch zeigen mit anderen Ländern in Europa, die es teils härter getroffen hat, dann brechen uns nicht nur die Lieferketten weg, sondern dann brechen uns auch sämtliche Absatzmärkte weg. Und wenn wir also nicht aus Solidarität und aus Mitgefühl und aus Menschlichkeit unseren Nachbarn helfen wollen, dann sollten wir es wenigstens als wirtschaftliche Notwendigkeit erkennen. Ihr Plan ist, Grenzen zu und Läden auf. Meine Bewertung dazu, plakativer Populismus. Was wir tun müssen, ist Hilfsmaßnahmen weiterentwickeln, insbesondere für Bereiche, die länger von Entschließungen betroffen sind, wie zum Beispiel die Tourismuswirtschaft. Was wir tun müssen, ist uns um die Familien kümmern. Das Kindeswohl darf nicht auf den Spiel gesetzt werden. Notwendigkeit ist da für eine Kindergrundsicherung. Das wird uns doch in diesen Tagen deutlicher denn je. Was wir tun müssen, ist die Privatisierung der Daseinsvorsorge noch mal kritisch hinterfragen, liebe liberalen Freunde. Es zeigt sich nämlich, dass auf den Rheinmarkt eben kein Verlass ist. Ich jedenfalls verlasse mich lieber auf Kommunen. Und wir müssen in die Zukunft investieren. Und wir müssen die Arbeitnehmer und Azubis im Blick haben, um ihnen durch diese Krise zu helfen. In Ostfriesland sagt man, wer sich nicht der Helpen weit ist, nicht der Wert, der in Verlegenheit kommt. Wir Sozialdemokraten wissen uns zu helfen, mit Abstand, mit Anstand und mit Verstand. Herzlichen Dank. Das Wort hat Dr. André Hahn für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir, zu Beginn den Muslimen in Deutschland zum heute beginnenden Ramadan die besten Wünsche zu übermitteln. Und das verbinde ich mit dem Dank dafür, dass sich die Muslime seit Beginn der Corona-Krise hier genauso solidarisch wie andere Religionsgemeinschaften verhalten haben. Sie haben sich solidarisch verhalten. Sie haben ihre Moscheen und Gebetsräume geschlossen gehalten. Und das in dem für Sie so wichtigen Fastenmonat Ramadan, in dem das allabendliche gemeinsame Fastenbrechen, ein ganz zentrales Element ist. Also dafür herzlichen Dank. Kurz zum Antrag der AfD. Die Corona-Krise ist ohne Zweifel eine globale Herausforderung. Um sie zu bewältigen, braucht es Vernunft, Verstand und Solidarität. Die AfD hat nichts davon aufzuweisen. Der Antrag ist ein Sammelsurium von zum Teil abstrusen Forderungen und dabei plump eingeflochtener Deutsch-Tümelei. Dazu gehört die Forderung mit Bezug auf die EU-Notstandsklausel, die Grenzen für Schutzsuchende zu schließen und sie in Quarantäne lagern zu kasernieren. Das gibt die Notstandsklausel gar nicht her. Und das ist politisch wie epidemiologisch Unfug. Und dass offene Grenzen für die AfD ein Gräuel sind, ist nichts Neues. Als Abgeordneter aus dem Landkreis Sächsische Schweiz aus Erzgebirge weiß ich aber nur zu genau, wie viele Krankenhäuser und Arztpraxen bedroht wären, wenn das Personal aus Tschechien nicht mehr zur Arbeit kommen würde. Und natürlich ist es die Aufgabe des Parlaments, das Regierungshandeln bei der Bekämpfung der Corona-Krise kritisch zu begleiten. Einschränkungen an Bürger- und Freiheitsrechten hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Wirkungen zu hinterfragen und eigene Vorschläge dagegen zu setzen. Deshalb hat meine Fraktion, die Linke, allein in dieser Sitzungswoche 18 Anträge in den Bundestag eingebracht. Und Fakt ist, im Namen des Infektionsschutzes sind in Deutschland seit über einem Monat zahlreiche Grundrechte massiv eingeschränkt. Auch Grundrechte, die für eine demokratische Gesellschaft konstituierend sind, wie etwa die Versammlungsfreiheit. Zweifellos ist der angegebene Zweck, die Pandemie einzudämmen, legitim. Der Entzug von Grund- und Freiheitsrechten auf längere Sicht ist für eine Demokratie nicht hinnehmbar. Die Behörden sind verpflichtet, nach Möglichkeit mildere Mittel zu wählen, um die Versammlungsfreiheit zu sichern. Und die Umsetzung ist vielerorts fragwürdig. Und ich finde, es darf nicht zur Regel werden, dass man erst das Verfassungsgericht anrufen muss, um friedlich und unter Einhaltung der Abstandsgebote demonstrieren zu können. Deshalb fordern wir von Bund und Ländern, dass alle Verordnungen und allgemeinen Verfügungen revidiert werden, die ein pauschales oder unverhältnismäßig weitgehendes Verbot von Versammlungen nach Artikel 8 Grundgesetz beinhalten. Für uns als Linke steht jedenfalls fest, das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit darf auch in Zeiten wie diesen nicht zur Disposition gestellt werden. Wir alle haben eine gemeinsame Verantwortung, dass aus der Corona-Krise nicht auch noch eine Krise der Demokratie entsteht. Herzlichen Dank. Die vorletzte Rednerin in dieser Debatte zum Antrag der AfD auch für Überlockerungen der Corona-Beschränkungen kommt von den Grünen. Kirsten Kappert-Gonther, sie ist Sprecherin für Gesundheitsförderung ihrer Fraktion. Und wie alle wartet sie noch, bis das Pult desinfiziert wurde. Frau Kollegin, liebe Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Flugzeug. Das Flugzeug stürzt ab. Sie haben Glück im Unglück. Sie haben einen Fallschirm dabei. Sie setzen ihn auf, öffnen ihn. Der Fallschirm verringert den Fall. Und mitten im Flug werfen Sie diesen Fallschirm ab und sagen, super, Maßnahme hat geklappt, jetzt brauche ich sie nicht mehr. Wer würde das tun? Es wundert uns gar nicht, dass von ganz rechts hier im Parlament wieder unausgegorene und wirklich menschenfeindliche Vorschläge kommen. Sie also wollen quasi alle Schutzmaßnahmen sofort aussetzen und damit die exponentielle Ausbreitung des Virus Covid-19 sehenden Auges in Kauf nehmen. Das ist verantwortungslos. Wer die Gefahr dieses Virus unterschätzt, der gefährdet Leben. Gut, dass Sie in diesem Land weder im Bund noch in den Ländern nirgendwo Verantwortung tragen. Sie wollen also pronto wieder alles auf Normalbetrieb umstellen, mit einer Ausnahme. Die Grenzen sollen nach Meinung der Nationalisten geschlossen bleiben, dauerhaft. Den Antrag der AfD kann man nicht anders lesen, als wenn Deutsche infizieren, ist das Virus nicht so schlimm. Das ist zynisch, meine Damen und Herren. Was Sie hier vorgetragen haben, das sind alles Verwechslungen. Wir in Bremen sagen dazu, die Verwechslung von Gustav mit Gasthof. Und das war das die ganze Zeit. Was wir stattdessen jetzt brauchen, ist eine vernünftige und eine sorgfältige Strategie, die Step by Step die Rückkehr in den Alltag ermöglicht und gleichzeitig weiterhin die Infektionsgefahren reduziert. Solange es keinen Impfstoff und keine wirksame Therapie gegen Covid-19 gibt, wird das Risiko der Ansteckung hoch bleiben. Und genau wie Trump wollen Sie die Mittel für die WHO sogar kürzen. Wir werden aber die globale gesundheitspolitische Zusammenarbeit verstärken müssen. Denn nur ein internationales, abgestimmtes und solidarisches Zusammenwirken kann die Gefahr von Pandemien, mit der können wir die Gefahr von Pandemien begegnen. Wir wissen, dass es in Krisen sehr schnell zu einer Sehnsucht nach Autorität kommt. Wie Kinder sehen wir uns nach einem starken Elternteil, was alles wieder gut macht. Doch ein Überbietungswettbewerb bei autoritären Maßnahmen ist falsch. Und genauso falsch ist ein Überbietungswettbewerb bei den Aufhebungen der notwendigen Schutzmaßnahmen. Es ist ein Dilemma. Ja, das Virus ist gefährlich. Die Isolation ist es auch. Aber diesem Dilemma werden wir nur durch Sorgfalt begegnen können. Markige Sprüche, die helfen nicht weiter, die sind sogar gefährlich, wie wir hier heute gesehen haben. Abschließend. In der Psychotherapie gibt es eine sehr schöne Übung. Wir stellen uns vor, wie wir in fünf Jahren auf diese Krise zurückblicken. Ich wünsche mir, wir wünschen uns, dass wir dann auf gegenseitige, auf anhaltende Solidarität schauen und den Fallschirm eben nicht zu früh abgelegt haben werden. Dankeschön. Kirsten Kappert-Gonther warnt hier vor einem Überbietungswettbewerb in beide Richtungen. Letzter Redner in dieser Debatte zum Antrag der AfD kommt jetzt von der CDU-CSU-Fraktion. Stefan Pilsinger sitzt für seine Fraktion im Gesundheitsausschuss. Das Wort hat der Kollege Stefan Pilsinger für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! In den vergangenen Wochen und Monaten dieser Krise haben die Menschen in unserem Land unter Beweis gestellt, dass wir als Gesellschaft dazu in der Lage sind, füreinander einzutreten, gemeinsam, entschlossen und solidarisch. An dieser Stelle möchte ich zunächst ausdrücklich den Einsatz und das unermüdliche Engagement der Beschäftigten in unserem Gesundheitswesen hervorheben. Sie leisten in diesen Tagen Beispielloses und verdienen unseren Respekt, unsere Anerkennung und vor allem unsere Unterstützung. Neben meinem Bundestagsmandat bin ich weiterhin als Hausarzt tätig. Über die zurückliegenden Wochen konnte ich mir also selbst ein Bild machen, mit welchem außergewöhnlichen Einsatz sich alle Beteiligten vor Ort um die Erkrankten kümmern. Und ich bin überzeugt, ohne unser hervorragend funktionierendes Netz von ambulanten Praxen werden die Krankenhäuser innerhalb kürzester Zeit an ihre Belastungsgrenzen gestoßen. Im Gegensatz zu anderen Ländern können hierzulande sechs von sieben Patienten ambulant versorgt werden. Das ist ein entscheidender Vorteil. Es ist auch dem Einsatz jeder einzelnen Praxis in Deutschland mit ihren Ärzten, medizinischen Fachangestellten, Büro- und Reinigungskräften zu verdanken, dass wir immer noch über ausreichende Kapazitäten in unseren Krankenhäusern verfügen. Ganz besonders im Umgang mit dieser weltweiten Krise zeigt sich für mich, dass wir tatsächlich eines der besten Gesundheitssysteme dieser Welt haben. Und das sehen wir nicht nur, wenn wir auf den Bereich der ambulanten Versorgung schauen. Das sehen wir auch daran, dass wir es innerhalb kürzester Zeit geschafft haben, unsere Intensiv- und Beatmungskapazitäten in den Kliniken entscheidend zu erhöhen. Das sehen wir aber auch an der Anzahl der Proben, die unsere Labore jeden Tag auf das Virus testen. Und das sehen wir im Engagement der Apotheken vor Ort und im unermüdlichen Einsatz unserer Forscherinnen und Forscher. Diesen Menschen gilt heute mein ausdrücklicher Dank. Zu selten, aber entscheidend ist ein weiterer Aspekt. Der gesellschaftliche Zusammenhalt erlaubt uns, mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen. Denn gemeinsam können wir diese Krise überwinden. Dazu brauchen wir aber auch in den kommenden Wochen die Unterstützung jedes Einzelnen. Geben Sie also weiterhin aufeinander Acht und vermeiden Sie, wann immer möglich, die physische Nähe zu anderen. Denn so können wir erreichen, dass die bisherigen Erfolge zur Abflachung der Ausbreitungskurve auch nachhaltig sind. Die in den vergangenen Wochen erlassenen Handlungsempfehlungen und Verhaltensvorgaben haben sich als sehr wirkungsvoll erwiesen und werden von Bund und Ländern regelmäßig kritisch überprüft und nach Möglichkeiten angepasst. Und das zeigt sich auch im besonderen Umgang mit der schrittweisen Lockerung einiger Maßnahmen. Mit Ihrem vorliegenden Antrag möchte sich nun auch die Fraktion der AfD in die Debatte um eine Aufhebung geltender Maßnahmen einbringen. Grundsätzlich ist es ja zu begrüßen, im konkreten Fall aber leider handwerklich einfach schlecht gemacht. Zuallererst die Regelung, die Sie hier einfordern, kann der Bund überhaupt nicht erlassen. Scheinbar fehlt Ihnen das nötige Grundverständnis der föderalen Strukturen unseres Staates. Denn zuständig sind in diesem Fall laut Infektionsschutzgesetz die Länder und die Entscheidungshoheit der Länder ist hier auch durchaus sinnvoll. Nicht überall in der Bundesrepublik ist das Infektionsgeschehen gleich ausgeprägt. Auch die ergriffenen Maßnahmen können daher nicht in jedem Bundesland gleich sein. Zudem wurde ein Großteil der Maßnahmen, die Sie in Ihrem Antrag einfordern, bereits in enger Abstimmung mit der Bundesregierung durch die Länder ergriffen. Insofern leistet Ihr Antrag aus meiner Sicht keinen gewinnbringenden Beitrag zur derzeitigen Debatte um eine wirksame und nachhaltige Eindämmung der Infektionen. Vielmehr müssen wir nun weiterhin daran arbeiten, die geltenden Einschränkungen in kleinen Schritten zurückzunehmen und die Auswirkungen dabei jeweils genauestens zu überprüfen. Nur so können wir auch in Zukunft die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger in unserem Land bestmöglich schützen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 18.738 mit dem Titel Corona-Krise bewältigen, so viel Freiheit wie möglich, nicht mehr Einschränkungen als nötig. Also die AfD fordert darin, dass die Lockerungen für Gastronomie, Hotels, Gotteshäuser etc. wieder gelockert werden, dass allerdings dabei Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Der FDP-Fraktion, der Fraktion Die Linke, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gegen die Stimmen der AfD-Fraktion abgelehnt.